Edina, Glückwunsch zur EM-Franse-Medaille. Jetzt war es letztes Jahr in Rio Silber, davor warst du Weltmeisterin. Jetzt würde der Eindruck entstehen, dass du weniger machst. Das stimmt natürlich nicht, oder? Die Weltspitze rückt näher zusammen, würde ich jetzt mal meinen. Direkt näher zusammen und ich musste aussetzen Anfang des Jahres. Ich war über zweieinhalb Monate krank mit dem Virus und durfte nicht trainieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft wieder auf 100 Prozent zu kommen. Das lief jetzt eigentlich perfekt nach Plan. Podiumsplatz war eigentlich Ziel. Es war ziemlich knapp, deswegen ist eigentlich alles super gelaufen. Hauptsache war, dass ich wieder auf Frequenz komme, dass ich wieder auf Geschwindigkeit komme und die halten kann. Deswegen war es für mich ein gutes Rennen und jetzt sind es noch sechs Wochen bis zur WM und da liegt jetzt der volle Fokus drauf. Na dann wünschen wir dir, dass du gesund bleibst und trainier fleißig und wir freuen uns auf die WM.